Musik Ich wünsche Ihnen selbst eine Unterschrift zu bekommen, wir haben hier einen Poster vor Ort, aber bitte haben Verständnis dafür. Wir haben möglichst viele auch einfach heute die Gelegenheit bekommen, die mal in die Augen zu schauen und die Unterschrift hinzunehmen, dass wir leider nicht alle eure Spiele-Displays, Spielepackungen, Signature-Figuren, dass wir die hier nicht mit reinnehmen können. Ich weiß, das ist eine tolle und selbe Gelegenheit, aber habt bitte Verständnis dafür, dass wir euch hier auch offiziell zu unterschreiben müssen. Und er nur das unterschreiben kann, weil wir haben nicht viel Zeit und wir haben die Gelegenheit bekommen, hier von Unterschrift mit nach Hause zu nehmen. Er macht da noch den Stift schreibbereit und dann geht das hier gleich zur Zeit. Und da geht es auch schon los. Ganz so hier oben. Macht jetzt die erste Unterschrift. Also, wenn ihr eine Unterschrift habt wollt, stellt euch einfach ab. Und wir versuchen so viele wie geringend möglich Leute wieder unterzubringen. Wir haben nicht unbedingt viel Zeit, aber wir können. Wir schauen mal, wie die Stange verkehrt sind. Wir können da mal was sagen. 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 Wir wollen da mal was sagen. Hier wird das noch an. Für alle, die sich gerade fragen, was hier passiert, kann man es vielleicht nochmal sagen. Wir gehen durch die Halbe, denn hier ist eine lange Schlange, die sich gebildet hat. Das ist eine gute Potenziale, die einen absoluten Star ist, heute hier für eine Silent Session. Darada-San, der Bacher, der hat einen Literativen, der ist einer der berühmtesten und geliebtesten und nachlebigsten Bieter, der ist heute wieder am Stand, um Unterschriften zu geben. Also wenn ihr diese wirklich sehr, sehr selten Gelegenheit nutzen möchtet, der Mann ist nicht alle paar Tage gekommen oder der Streit der Bieter sagt, Ja, ich bin noch für die Fenster und nehme mir die Zeit, Unterschriften zu geben. Dann stellt euch alle unsere Informatoren, die haben noch Poster dabei, Abwärts, zwei verschiedene Barrieren. Die unterschreibt er für euch, bitte ein Verständnis dafür, was selbst mitgebrachtes Equipment für Spielevermütung, dass wir das leider nicht wirklich finden können heute. Sondern hier ist sozusagen, wenn ihr noch nichts habt, wenn ihr in der Sterne steht, genau, oder so, wie ihr das gerade hier gesehen habt, könnt ihr euch das einfach geben lassen. Braucht ihr noch ein bisschen an Schuhe? Ja, gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020